Hallo. Es war ein wenig Mist. Sind Sie da ab? Nein, aber wirklich nicht. Einer hat es gesagt, ich höre noch sehr gut. Ich brauche noch kein Hörgerät. Wir warten alle schon so lang. Zehn die Stunden, die Sekunden. Doch die Zeit scheint still zu stehen. Das Glück ist wie ein Vogel, so heißt es. Und Vögel fliegen, weil sie es können. Genauso wie Schmetterlinge, weil sie so leicht sind und so gar keinen Ballast mit sich tragen. Anna will dich so gerne sehen. Also mach schon auf. Ich war schon so lang immer mehr. Ja, und was hindert Sie daran, hinzufahren? Das kommt nicht zu Ihnen, das Meer. Wenn ich nur weg könnte. Weg von diesem Ort, von diesen Menschen. Dorthin, wo Glück nicht nur ein Wort ist. Wenn du gehst, dann nimm mich bitte einfach mit, okay? Mein Name ist Anna. Mein Name ist Anna. Hallo, mein Name ist Anna. Mein Name ist Anna. Mein Name ist Anna. Hallo, mein Name ist Anna. Anna. Deine Minderwertigkeitskomplexe müssen wirklich sehr groß sein. Glück, so heißt das Wort. Das, wonach wir alle suchen. So verschieden wir auch sind. Das haben wir gemeinsam. Da sind wir alle gleich. Machen wir einen Rollentausch? Ja, tauschen wir. Okay. Sie hatten nie noch unter den Armten. Wir hatten gerne Sekt. Aber nicht irgendwas. Verstehen Sie? Für uns ist das Beste. Geht das? Wir sind halt die Guten. Ja. Genau. Also, liebe Anna, wo sehen Sie sich in 50 Jahren? Glücklich. Einfach nur glücklich. Schon in ein paar Jahren siehst du zurück und musst verstehen, nur dass jetzt das bleibt. Wisst ihr denn, was der Clou in der ganzen Sache ist? Alle Menschen rennen jeden Tag herum wie aufgescheuchte Hühner, ohne nachzudenken. Ohne hinzuschauen. Alle haben sie verlernt, richtig hinzuschauen. Ja, du hast vollkommen recht. Ich finde auch, dass unsere Gesellschaft vor die Hunde geht.